Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. In der letzten Folge haben wir uns dem neuen Lager angeschlossen und sind Bandit geworden. In dieser Folge hat uns Laris aufgetragen. Sollen wir auf jeden Fall mit Mordrake reden und ihn in der Sache mit dem Sektenlager unterstützen. Und was wir noch machen müssen ist mit Kronos zu reden, denn wir sind jetzt Teil des neuen Lagers. Und könnten damit ein Bote für die Wassermagier werden und endlich unseren Brief an die Feuermagier abgeben. Und das machen wir jetzt hier zuerst. Hallo Kronos. Ich gehöre jetzt zu... Ich bin jetzt einer von Laris Leuten. Hast du eine Nachricht für die Feuermagier, die ich überbringen könnte? In der Tat, aber du brauchst das Zeichen eines unserer Booten, sonst lassen dich Gommes Schergen nicht in die Burg. Hier, nimm Brief und Zeichen und nun beeile dich. Mach ich natürlich. Ähm, ja wir schauen uns mal... Ich möchte Schriften über Magie erwerben. ...noch mal so einen Inventar... ...und ich glaube... ...ja, da ist leider noch nichts dazu gekommen. Kann schon sein. Äh, Eispfeil, Eisblock. Ich habe ja noch so ein bisschen die Hoffnung, dass ich, äh, den Pyrokinese-Zauber im Sektenlager kaufen kann. Und wirken kann, sobald wir Magier sind. Denn der ist tatsächlich sehr, sehr stark. Aber ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass es... Ich weiß nicht mehr, welche Runen man kaufen kann und ob man welche findet oder welche man findet. Man findet auf jeden Fall welche. Gut, gehen wir mal hier rein und quatschen mit Mordrak. Hallo. Laris sagt, ich soll dich bei der Sekten-Sache unterstützen. Siehst du? Ich dachte mir, ich müsste mich nicht selbst drum kümmern. Soll ich die Sache ganz allein erledigen? Das schaffst du schon. Hör zu, es geht darum rauszufinden, was an dieser ganzen Beschwörungsklamotte dran ist. Ich weiß, dass die Sekten-Spinner eine große Anrufung planen. Ich persönlich glaube ja nicht an den Schläfer. Aber eins steht fest. Die Gurus sind mit mächtiger Magie im Bunde. Und es ist besser, wenn wir wissen, was da abgeht. Soweit alles klar? Ja. Werd sehen, was ich rausfinden kann. Sobald du genau weißt, was sie im Schilde führen, melde dich. Gut. Reden wir mal mit ihm noch. Für ihn haben wir ja eigentlich das Kraut verkauft. Aber war es für dich? Ich glaube kaum, dass ich daran was erinnern habe. Ja, das geben wir ihm garantiert nicht. Gut, dann würde ich sagen, laufen wir zuerst mal ins alte Lager. Geben da die Nachrichten an die Feuermagier ab. Und danach weiter zu den Sekten. Und schauen, was da schon wieder los ist. Vielleicht können wir dann im alten Lager oder im Sektenlager auch nach einer neuen Waffe schauen. Müsste ja eigentlich jetzt langsam mal bessere Waffen geben. Ja. Ansonsten. Tatsächlich sind jetzt die Nebenquests ziemlich abgeschlossen. Ab jetzt geht es relativ geradlinig die Mainquest entlang. Was eben dazu führt, dass wir jetzt eigentlich schon deutlich an Geschwindigkeit zunehmen. Was den Spielfortschritt angeht. Wir werden ein, zwei Folgen sicherlich noch irgendwo einwerfen müssen, um jagen zu gehen. Damit wir die Erfahrungspunkte haben, die nötig sind für bestimmte Dinge. Also man kann eben Söldner bzw. Magier werden. Oder wir können das in unserem Fall, weil wir uns dem neuen Lager angeschlossen haben. Und das ist eben ähnlich wie das Banditendasein. Quasi wir müssen halt ein bestimmtes Level erreichen, bevor wir Söldner oder Magier werden können. Und die beiden Wege schließen sich auch aus. Also wir müssen halt zu dem Zeitpunkt dann auswählen, wollen wir Magier werden oder wollen wir Söldner werden. Beides Vor- und Nachteile. Ja. Und wie gesagt, ich möchte eben mit euch jetzt eher den Weg des Magiers beschreiten. Wir werden eventuell sowas wie einen Kampfmagier spielen, der eben dann doch noch wenigstens begabt ist in Waffentalenten. Wir können ja auch schon ganz, ganz gut mit Einhandwaffen umgehen. Und tatsächlich, unser Stärkewert mit 30 Punkten, der scheint nicht so hoch zu sein. Aber für Gothic ist das, ja, ich meine, wir könnten wesentlich höher sein, ja, wir haben ja noch 21 Lernboote. Aber da quasi der Maximalwert, den man lernen kann, 100 ist, sind wir mit 30 eigentlich schon ganz gut bedient für einen Magier, würde ich sagen. Ja, das heißt, falls es nicht nötig ist, und ich hoffe wirklich, dass es nicht nötig sein wird, werde ich keine Stärke mehr lernen. Es kann aber tatsächlich sein, dass es noch nötig sein wird. Mal schauen. Ich glaube, wir müssen noch, genau, das Botenamulett der Wassermagier anlegen, sonst kommen wir da gleich nicht rein. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir erst mal zu Torus, oder vielleicht zu Diego. Wir quatschen mal Diego an, mal schauen, was der zu sagen hat. Und dann gehen wir zu Torus und hoffentlich in die Burg, in den inneren Kreis. Mal schauen. Ich glaube, Diego wird akzeptieren, dass wir im neuen Lager gelandet sind. Es ist schon mal interessant, dass die Jungs nichts sagen. Ich habe hier in meinem Zimmer gerade irgendwie zwei so, ja, so normale Alltagsfliegen halt. Und die, die setzen sich... Oh, er sagt gar nichts. Mach's gut. Die setzen sich ab und zu so auf meine Hände. Und da muss ich immer aufpassen, wenn das kitzelt und ich zucke, dass ich nicht ans Mikro stoße und euch irgendwie ein Gehör schütze. Ich bin Bote der Wassermagier. Ich muss in die Burg. Verpasst. Du hast das Amulett eines Burten bei dir. Damit kommst du an den Wachen vorbei. Mit den Magiern will ich nichts zu tun haben. Also belästige mich nicht weiter mit der Sache. Halt! Entspann dich. Ich habe mit Torus geredet. Ich kann rein. Ich werde mir deine Visage merken. Wenn du ärgermachst, bist du dran. Ja, ja. So, das ist der innere Kreis. Hier gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sehen. Es gibt hier den Lehrer. Dann ist das hier das Haus von Gommes. Ich will hier gar nicht versuchen reinzugehen, ehrlich gesagt. weil wir eben Teil des neuen Lagers sind und eigentlich nur zu den Magiern dahinten wollen oder sollen. Genau, hier unter uns... Hier unter uns ist quasi Kerker und Waffenkammer, glaube ich. Das da sind die Unterkünfte der Gardisten. Hier sind die Magier und da hinten ist die Schmiede. Und mehr gibt es hier eigentlich noch. So, wir quatschen jetzt erst mal mit Torus. Ich grüße dich, Magier. Innos, wache über dich. Ich handle mit magischem Wissen und kann dir zeigen, wie du deine magische Energie steigerst. Äh... Was muss ich tun, um Magier zu werden? Sprich mit Meister Corristo, wenn er Zeit für dich hat. Ich suche den obersten Feuermagier. Sprich mit Milton. Und nun geh. Ja, das ist der erste Feuermagier, den wir treffen. Scheint nicht sehr höflich zu sein, aber ich meine, wir sind von einem anderen Lager. Was will man da erwarten? Ich suche den obersten Magier des Feuers. Geh zu Milton. Der gibt sich mit Laufburschen wie dir ab. Gut, dann gehen wir mal zu Milton. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Das ist Corristo. Was willst du von ihm? Ich hab da so einen Brief. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Bist du ein Bote aus der Außenwelt? Ja, ein Magier gab mir den Brief, kurz bevor sie mich in die Kolonie geworfen haben. Zeig mir den Brief. Hier ist er. Naja, gut, also es kann schon sein. Das ist ein Brief an Xardas. Und was ist daran so aufregend? Xardas ist schon lange kein Diener Innos mehr. Vor einigen Jahren hat er uns verlassen und sich der schwarzen Magie zugewandt. Er lebt in einem Turm mitten im Orggebiet und widmet sich dort seinen Studien. Er sagte, er wolle auf seine Art herausfinden, was mit der Barriere nicht stimmt. Warte hier. Ich bin gleich wieder da. Ich muss auch sagen, ich finde das Gebäude der Feuermagier deutlich cooler als das der Wassermagier. Das werden wir aber alles noch sehen. Tatsächlich. Kuristo war ganz außer sich vor Freude. Er sagt, du kannst zu Torres gehen und dir deine Belohnung selbst aussuchen. Okay. Ja, mit Tophus haben wir schon gesprochen. Ich gebe jetzt erstmal noch den anderen Brief an. Ich habe da noch einen Brief von den Wassermagiern. Ah, sehr gut. Ich werde ihn an Kuristo weiterleiten. Wenn du wieder im neuen Lager bist, werden die Wassermagier dich sicherlich für deine Mühen belohnen. Okay. Dann fragen wir mal noch nach den Feuermagier. Erzähl mir was über die Feuermagier. Der Kreis des Feuers bezieht seine Macht von der Gnade in aus. Der Gott des Lichts, der Wahrheit und der Gerechtigkeit wacht über uns. Die Magier betrachten sich selber als die Erwählten. Und so behandeln sie auch alle anderen. Ich hatte das Glück, damals aufgenommen zu werden. Kuristo hat mich zu seinem Lehrling gemacht. Vermutlich hat er einfach Lust auf Unterhaltung. Seitdem bemühe ich mich, jeden Tag meine magischen Fähigkeiten zu steigern, damit ich in den nächsten Kreis aufgenommen werden kann. Okay. Ich will ein Lehrling der Magier werden. So wie du. Kuristo hat mich damals erwählt, weil ich eine besondere Sache für die Erzbarone erledigt habe. Ohne, dass du etwas Herausragendes leistest, wird er dich nicht als Lehrling in Betracht ziehen. Du musst außerdem dem alten Lager angehören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kuristo ein Mitglied eines anderen Lagers als Lehrling akzeptiert. Okay. Wir sehen uns. Dann reden wir jetzt noch mit Torres. Hallo. Ich habe einen Brief. Kuristo schickt mich. Ich habe den Brief übergeben und soll meine Belohnung selber wählen. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen und sollst deine Belohnung erhalten. Wähle mit Bedacht. Okay, also es gibt ein Stärke-Ring. Ein Ring der Geschicklichkeit. Drei Spruchrollen. Feuerball, Blitz und Verwandlung. Scavenger. Und Essenz des Geistes. Also die Spruchrollen sind natürlich reizvoll. Allerdings muss ich sagen, dass Feuerball, Blitz und das Verwandeln in Scavenger jetzt weder die mächtigsten noch irgendwie besonders interessante Spruchrollen sind. maximales Mana ist glaube ich the way to go hier. Denn maximales Mana wird das sein, was uns auf jeden Fall befetzt. Ich will den Trank. Deine Wahl war weise. Du hast das kostbarste Geschenk von allen gewählt. Trinke den Trank und deine Macht wird wachsen. Ja, das machen wir später wahrscheinlich. Ich glaube mit Mana verhält es sich ähnlich wie mit den anderen Attributen. Man kann die eben bis 100 lernen. Und dann war es das quasi. Deswegen behalten wir den Trank erstmal. Wenn wir irgendwann sehen sollten, dass wir sowieso das maximale Mana nicht erreichen, dann können wir drüber nachdenken, den Trank zu trinken. Aber bis dahin werde ich ihn behalten. Gut. Jetzt bin ich hier umbettfest. Gut, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir Richtung Sektenlager. Da sollen wir ja Nachforschung anstellen. Ach ja. Nochmal Lauferei. Das wird leider noch eine Weile so sein, dass wir ein bisschen durch die Gegend latschen müssen. Ich meine, im Endeffekt muss man das das ganze Spiel übermachen. Bleibt nicht aus. Denn wir müssen halt noch ein paar Orte bereisen. Achso, ich könnte ja mal vielleicht zeigen, wie die Rüstungswerte jetzt aussehen. Wir haben 30 Schutz vor Waffen, 5 Schutz vor Pfeilen und 15 Schutz vor Feuer. Vorher hatten wir 10 Schutz vor Waffen und 5 Schutz vor Feuer. Auch die Wertigkeit, ne? Das heißt, wir könnten für 375 Erz können wir die Rüstung irgendwann verkaufen. Wir können auch die Butler-Rüstung eigentlich verkaufen. Aber das mache ich immer zu Zeitpunkten, wo ich eben das Erz dann benötige. Aktuell haben wir knapp 300 Erz und noch einiges an Fellen, Krallen und sowas die man auch richtig teuer verkaufen kann. Deswegen sind wir da ganz gut aufgestellt und ich behalte es einfach mal im Inventar. Es gibt zum Glück kein maximales Inventar. Deswegen haben wir auch einfach keinen Achteil, wenn wir die Sachen behalten, bis wir es wirklich brauchen. Achso, ja. Ich habe jetzt natürlich nicht nach neuen Waffen geschaut, aber es gibt ja auch den Schmied im Sektenlager. Was ich auch mal ausprobieren könnte, wäre zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine Waffe schmieden. Denn irgendwie habe ich, also wir können ja jetzt so ein grobes Schwert schmieden, wie wir das eben gerade tragen. Aber man muss doch irgendwie bessere Waffen schmieden können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist. Vielleicht kann man das mit jedem neuen Kapitel oder so. Keine Ahnung. Mal schauen. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, also zur Questline, wir gehen jetzt quasi ins Sektenlager, weil Laris und die Magier tatsächlich auch gerne wissen würden, was die Sekte da in ihrem Sumpf für eine Anhörung vorbereitet. Das heißt, wir werden jetzt quasi ja, wie soll man das sagen? Wir werden so ein bisschen für die Sekte arbeiten, einfach nur um herauszufinden, was da los ist bei den Jungs. und dann müssen wir auch noch zu ein paar neuen und zu ein paar altbekannten Orten. freue ich mich schon sehr drauf. Generell freue ich mich jetzt drauf, dass wir ein bisschen Fortschritt machen können in der Storyline. Zumindest, naja, in der nächsten Folge wahrscheinlich. Es ist halt echt, dadurch, dass man hier dieses Lauftempo hat, so der Weg vom neuen Lager zum Sektenlager mit zwei, drei Dialogen dazwischen nimmt halt eine komplette Folge ein. Das ist echt krass. Also vielleicht, vielleicht mache ich die Folgen, wo wir dann so viel Laufwege haben, in Zukunft länger. Aber das will ich eigentlich auch nicht, weil dann kann man die halt nicht mehr so nebenbei einfach mal schauen. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja, und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer, dem Schläfer näher. Interessant. Der Schläfer möge dich behüten. Das Nest der Minecrawler. Kapitel 2. Ja, cool. Bevor wir jetzt in den Tempel gehen, beziehungsweise zum Tempel gehen, gehen wir jetzt zum Schmied. Denn ich hoffe, wir können eine neue Waffe kaufen oder tauschen, handeln. Wir sind jetzt in Kapitel 2 und ich hoffe, dass dadurch die Inventars der einzelnen Händler vielleicht geändert wurden. Wir reden auch mal mit ihm. Mit dem Magierhändler hier. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Der hat auf jeden Fall hier Tränke der Geschwindigkeit. Sehr nützlich, aber da sie auf Zeit begrenzt sind, Licht, Heilung, Windforst. Schade. Licht ist zwar sehr nützlich, aber wir können die Rune ja ohnehin noch nicht wirken. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Wir gehen hier zum Schmied. Ja, ich hoffe, dass wir Pyrokinese noch irgendwo herbekommen. Sehr mächtiger Zauber. Wir haben es gesehen, wir konnten sehr früh im Spiel damit einen Lurker one-shotten. Und das wäre einer der Zauber, die sehr nützlich sind. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Jo, zeig mal her. Also, Pfeile wie gehabt. Bis zum krummen Schwert hatte er das letzte Mal. Und jetzt kommen hier halt die Keulen und so. Aber behalte es für dich. Der Gehleiter muss wohl doch was dran sein. Ja, schon interessant, oder? 37 Schaden, das ist halt fast doppelt so viel. Komm. Ich verkaufe auch den Bogen jetzt erstmal. Hat der Erz? Ich habe wieder nicht aufgepasst. Oh, Kriegt er die Rüstung? Haben wir vielleicht noch ein bisschen Blödsinn, den wir verkaufen können? Verkaufe jetzt mal die ganzen Flügel auf jeden Fall. Dann gleichen wir das Ganze noch aus. Entschuldigung, ich muss mich immer ein bisschen konzentrieren beim Handeln, weil ich durch mein Mikrofon natürlich nicht so nahe an meinem Bildschirm sitze und ja, nicht so gut erkennen kann, wie die Zahlen sind, weil sie eben sehr weit weg sind. Relativ klein. Gut, und dann gehen wir jetzt zum Tempel. Da waren wir ja noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es da so mega interessante Sachen gibt. Es gibt da auf jeden Fall einen Baal, der redet aber nicht mit uns, logischerweise. Und ich glaube, es gibt so ein, zwei Novizen noch, mit denen man eventuell jetzt mal laufe ich hier einmal lang und wenn wir niemanden finden, dann Kavize, 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 Talas, hallo. Nach dem Gespräch beende ich, glaube ich, die Folge schon. Okay, das war ein schnelles Gespräch. Gut, wir speichern. bald geht die Liste wieder von oben los. Das ist die Episode 14 schon. Wahnsinn, das geht echt schnell. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.